Henry Ford hat es einmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Wenn Menschen in einem Unternehmen zusammenkommen, dann ist es ein Anfang. Wenn diese Menschen zusammenbleiben, dann ist es ein Fortschritt. Aber erst wenn sie wirklich zusammenarbeiten, dann ist es ein Erfolg. Mit meiner Erfahrung als Business-Trainer und Manager in Logistikunternehmen unterstütze ich sie dabei, dass sie dieses Ziel auch in ihr machen. Warum scheitert ein Projekt? Projekte erfolgreich umsetzen und Prozesse optimieren, das ist oft gar nicht so einfach. Warum scheitert ein Projekt? Nicht, weil es grundsätzlich nicht umsetzbar ist. Meist spielen soziale Faktoren eine entscheidende Rolle. Sympathie und Antipathie zwischen den Kollegen oder mangelnde Kommunikation sind oft der Grund dafür, warum etwas nicht so umgesetzt wird, wie es umgesetzt werden sollte. Ich gehe daher so vor, dass ich ihre Mitarbeiter vom Beginn an eng mit einbeziehe. Bei der Planung und bei der Umsetzung. Dabei erkennen wir Verbesserungspotenziale. Wir hinterfragen bestehende Strukturen. Und gemeinsam erarbeiten wir Lösungen und schaffen dadurch nachhaltige Ergebnisse. Was ist das? Der wirtschaftliche Erfolg für Ihr Unternehmen steht immer im Mittelpunkt. Durch meine Arbeit schaffe ich echte Ergebnisse. Effizientere Abläufe, höhere Wirtschaftlichkeit, zufriedene Kunden. Und durch meinen Ansatz stellen wir sicher, dass Ihre Mitarbeiter diese Prozesse und Projekte in Zukunft auch wirklich leben. Wenn daher Projektmanagement, Prozessoptimierung oder Business-Training für Ihr Unternehmen ein Thema sind, dann lassen Sie uns miteinander sprechen.